BOOM! Yo Leute, Leute! Zu Star Wars Battlefront. Zurück zum Entzwein. Ich habe ein richtig schlechtes Gefühl. Okay, dann nicht. Ich habe ein richtig schlechtes Gefühl bei der Sache. Das ist wahr. Ich habe ein Boom-Gefühl, Alter. Und wir spielen die Vorherrschaft auf. Rot, Hof, Holz. Rakete im Anflug. Au, 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 au. Ich bin ausgewichen. Wir müssen Punkte erobern. Oh mein Gott, Alter. So wie die Imperialen halt auch. Die müssen auch Punkte erobern, wir müssen Punkte erobern. WTF?! Ich wurde jetzt mal mit dem Buscanon weggeholt. Ich erobere einen Kontrollpunkt. Sehr schön, ich bin dabei. Zack, 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 zack. Gegner kommen alle von hinten. Das ist jetzt scheiße. Aber es sieht fast so aus, ja. Oh, der Imperator. Denk nicht Imperator. Er hat alle getötet. Ja. Er hat alles getötet. Jetzt hat er jetzt schon einen Imperator, der Wichser, Alter. Ja, vor allem, er tötet einfach alle. Ja. Da waren gerade noch 5 Leute von uns drin. Und bei ihm keiner mehr. Das ist schon mal eine Scheiße. Ich verteidige den Kontrollpunkt. Alter, was hier gerade für ein Push drin ist. Das geht ab, Alter. Ich war noch einmal zu 10. Sind immer auch zu 10. Zwei weggeholt schon mal. Oh mein Gott, Alter. Ja, dann nehmen wir Schuss. Lass mal in Deckung gehen. Nachladen lassen. All das sind gerade alle gestorben von den Feiern. Stemmen immer noch alle von dem. Wenn ich gut, ich gehe mal in die Luft. Oh, Imperator, Alter. Ich habe es schön eingeschenkt. Aber der gibt uns jetzt alle. Ja, wir müssen einen Kontrollpunkt verteidigen. Das müssen die Imperator nehmen. Und wir müssen den Oberungspunkt als den roten Punkten einnehmen. Und die Imperator müssen die verteidigen. Das heißt, zuerst so wie Maschwaschmode. Ja, so ein bisschen. Nur in zwei Richtungen. Nur in allen Richtungen. Dass alle verteidigen, alle angreifen müssen. Oh, fuck. Da habe ich doch geholt. Ja, das war ein absoluter Meisterschuss. Das hat mir gerade die Rebellen Dame erklärt. So, unsere Wörterung kämpft. Das ist nicht so. Wenn ich den finden würde. Oh. Er hätte ihn auch getötet. Wir haben schon mal. Wir verlieren. Ja, aber die auch. Kontrollpunkt wird gesichert. Wir haben es auch mal halten. Wohl auch Zeit. Na endlich. Commander Skywalker ist unterwegs. Ich habe Karten erneuerung. Und wir haben 5 oder 6 Leute den Punkt erobern. Und es geht huck zuck ey. Und wir haben einen Punkt erobern. Ja, es geht. Wer die meisten Punkte erobert. Entweder am meisten Zeit die meisten Punkte erobert. Oder. Ja, wir haben alle erobert. Das ist ja ohne vorbei. Wir erobern natürlich alle, ne? Wir versuchen es zumindest, ja. Die Sturmtruppen übernehmen einen Kontrollpunkt. Nein, wir verlieren keinen Kontrollpunkt. Der FX hat zuwider einfach rein. Den Imperator. Hinter dir, alter. Hinter dir. Ohhhh. What's that? Soll ich ihn machen, wenn der... ...sinn der beim Klavator im Moment ey. Nichts erst hoffst du. Auf jeden Fall tot. Es ist vorbei. Wir haben den Imperator besiegt. Oh. Oh. Ich bin der im Klavator im Moment ey. Wir haben den Imperator besiegt. Oh. Achtung, weg, 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 weg. Geil. Yo, jetzt zieht einfach die Sniper. Alter, hier kommt schon mega. Mega der Push schon wieder von links. Alter, ich bin grad wieder richtig schlechten. 2-5 ey. Auf der Karte mit nem Blaster ist auch ein bisschen behindert. Irgendwie mit meinem. Also meiner ist er so der Sniper Blaster. Ja mal. Ich will einen Millimeter weiter weg, ey. Das du, Alter. Und überlebe. Oh mein Gott, war das schlecht. War nicht so schlecht. Ich versuche mal auf den Eroberungspunkt durchzukommen. Oh fuck, rockiert. Oh, ich bin der Rakete ausgewichelt. Ich bin nicht Gangster. Oh. Was? Halt. Stopp. Die nehmen einen. Was? Boah, Alter. Bis alle auf mich gehen. Alter, what the fuck? Die EE11 ist irgendwie auch ziemlich krass. Die EE11 ist irgendwie auch ziemlich krass. Oder die EE11? Ja, die ist geil. Das ist Standardwaffe, Alter. Die nehme ich spiele ich auch. Die ist mega stark, finde ich. Ja, die ist auch stark, aber nicht der du nur Blaster spielen musst. Boah, fuck. Wie schlecht ich gerade war. Oh, 2 AP hat überlebte Wichser. Alter, was denn? Nehme mal ein Thermalimpload und alles ist tot hier. Ja. Und der darf nicht ergeben. Und der darf nicht ergeben. Ja, deswegen pushen wir. Wir haben ein Thermalimpload. Das heißt, den da vorne mal in die Tür werfen. Ja. Oh mein Gott. Woop. Keiner in der Tür. Nice. Du hast abgesichert, ne? Ich bin drin im Kontrollpunkt. Ich bin drin im Kontrollpunkt. Ja, ich bin. Oh. Oh, du bist ein DF9 drin. Ja, jetzt kannst du wieder zu mir. Ich bin schon am Leben. Boah. Oh, AT-ST. Ja, da vorne ist ein AT-ST. Na, ich bin schon mal weg. Ich bin immer noch viel negativ. Ich bin gerade richtig schlecht. Sie übernehmen einen Kontrollpunkt. Stoppt sie. Hey. Push dead. Push dead. Pull the bottom. Gläufer Empire. Alter. Das muss man bringen. Der hat wieder einen Schlag in die Fresse überlebt. Ich dachte, du hast einen One-Hit. Ne, manchmal nicht. Manchmal nicht. Manchmal ist das nicht Two-Hit. Ja, das ist total random. Und manchmal auch irgendwie Vierschläge. Ich check's nicht. Nein, ich schaff nix. NO! Nein, ich weiß nicht. Fighter 3. Ich weiß nicht. Ja, das war noch geil. Das war doch Zeit. Da hat auch noch nicht jeder die D44 durchgeht. Ich sag das Leben war noch geil. Der Imperator ist hier. Wir müssen ihn ausschalten. Jetzt ist Pepperdine schon wieder hier. Ja, Pepperdine ist auch hier stark. Ja. Kannst du kurz rausgehen? Jo, bin raus. Jo. Jetzt bin ich tot. Du auch gleich. Boah, mich hat einfach... Oh, Leute, DL440 schießt mich ab, wo ich wieder 500 Meter weit weg, Alter. Wie geil. Nice, halt. Alter. Wir haben es geschafft. Der Imperator ist besiegt. Oh, ach da, Alter. Boah, jetzt kommt noch einer. Oh, ich bin richtig schlecht. Oh, ich bin richtig schlecht. Oh, ich bin richtig schlecht. Die Flugzeuge räumen gerade den ihren Punkten, ne? Oh, no. Yes, ich bin ausgewichtigt. Oh, shit. Oh, shit. Anpassen, die Sturmtippen in Sicht. Wir haben das imperiale Gesindel zurückgedrängt. DL440, mein Lord. DL440 Antwort auf alles. Aber wir gewinnen's. Jupp. Weil der Hangar. Wir haben einfach den Hangar. Der Hangar ist halt einfach Posse. Wir nehmen einen Kontrollpunkt, den wir sind. Wir sind in der Untertal. Wir besetzen einen Kontrollpunkt. Wir besetzen einen Kontrollpunkt. Oh, man. Oh, man. Hä? Oh, Gott, Alter. Aber wir haben's geschafft. War unser Push. Das musst du dir in Gedanken immer wieder sagen. Unser Push. Oh, fuck dich doch. Mit deiner fucking Pulskanone, Alter. Weiß dich. Spawn und werd sofort abgeballert, Alter. Immer nur ich, ey. Weißt du? Ist immer so. Snap zu hart. Ich bin da für besser wie du. Das ist einfach. Mein Flugzeug. Staffel Blau. Wir brauchen Luftunterstützung. Nachricht erhalten. Ja, ich hab ein Verdienstabzeigen. Stellung halten. Ja, ich hab ein Verdienstabzeigen. Stellung halten. Haltet die Augen nach Darth Vader offen. Er wurde in der Nähe... Oh, du lebst ja noch. Äh, ich... Wollte dich grad in die Luft unterstützen kommen, aber da hat's mir jemand... Oh, ich komm nicht unterstützen. Ich bin zwar nur so'n Scheiß-A-Denksy wie du auch. Wir sind halt hauptsächlich gegen Bodeneinheiten gedacht eigentlich. Nachgeht dem Wankflug, Alter. Nachgeht dem Wankflug, Alter. Nachgeht der Leer, hat sich deiner Position. Was, kann ich nur? Oh, ich hab'n geholt. Hehehe, ja, wie. Ich bin echt schlechter als Flieger, Leute. Mit dem Ding kann ich überhaupt nicht umgehen. Rang 23, er hat mich. Oh yes, ich hab mit dem Flugkill... Alter, hab ich noch... ...9 gemacht worden. Geil, Leute, ich hab gewonnen. Ich hab grad fast Darth Vader noch mit dem Flugzeug aus der Luft geschossen, ey. Oh, geil. Meiste Kontrollpunkte verteidige ich mit 7. 7 Kills in der Verteidigung gemacht. Da hab ich mein Verdienstabzeichen, glaub ich, verdient. Und... ...Level 23. Joooooo... ...Löft. Finde ich auch. Würde ich sagen, sehen wir es nicht, sehen wir in einer weiteren Folge? Von Star Wars Battlefront oder irgendwas anderes zu mir sagen. Servus und tschau. ... 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